Aaaaah! White Titty! Herzlich Willkommen zur... Ja, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Heute zu einer wirklich ganz, ganz, ganz besonderen ComCom-Show. Es ist unfassbar viel passiert. Ein Happening, ein Tentpole-Event. Es ist einfach der Wahnsinn, unfassbar krass. Was ist denn? Die ComCom-Show halt, oder? Die ComCom-Show filmen wir jetzt. Ihr wisst echt nicht, oder? Was denn? Vor allem, ich hab doch gesagt, ein bisschen herrichten, Ous. Was soll das mit der Joggingste? Komm, du hast hier ne kurze Krone zum Jackett. Jungs, zwei Millionen Abo! Warum? 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 Komm, geh dich mal umziehen. Und ich erzähl euch währenddessen, was heute auf euch zukommt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Hab ich, glaub ich, schon mal gesagt. Ja, zwei Millionen Abonnenten. Coop Flaschen werden verschenkt. Wir haben Gäste... Nee, Gäste nicht. Oder wir lassen mal unseren Praktikanten mit ins Gespräch. Du kannst den Praktikanten nicht ver- der ist nicht kameratauglich. Ich wette mit dir, die wollen den auch sehen, den Praktikanten. Wollt ihr unseren neuen Praktikant sehen? Ja! Gentlemen, komm mal bitte vor die Kamera. Da, Gentlemen, setz dich bitte. Hallo, Gentlemen. Ich wollte die Vertretung für OG. Ja, wie gefällt's dir so unser Praktikum? Na, das war ja ein bisschen anders so, ne? Bei der Jungs, da ist Gentleman da drüben. Ist echt der Gentleman? Nee, komm schon. Ach du siehst, oder? Nein, das ist Gentleman. Echt? Ja, jetzt sollen wir ihn immer fragen. Na, da schaust du Beschäftigt um. Ach, komm schon. Gentlemen. Gentlemen. Komm. Yo, Gentlemen. Was ist er uns? Danke. Hast du vielleicht Bock in unserer Komm-Komm-Show mitzumachen? Hi. Komm-Komm-Show? Hm? Ach, komm schon. Jetzt komm schon, ey. Ich hab keinen Bock. Jetzt bitte. Kann ja auch mal sein, dass man keinen Bock hat. Jetzt bitte. Komm schon. Nee, nee, komm. Was willst du haben? Wir geben dir alles, Geld. Ich bin nicht glücklich so. Viel Geld? Nee. Irgendwas muss es doch geben, wofür du mitmachst. Nee. Was willst du denn dann? Was sagst du? Ja. Gib mir den hier. Nicht den Boibertinger. Gib mir den und ich bin dabei. Okay. Okay. Ist ein Deal, oder? Okay. Danke, Mann. Also, Gentlemen hat sich monatelang beworben bei uns. Immer wieder angefangen. Da haben wir irgendwann gesagt. Okay, Gentlemen. Okay. Damit du uns nicht mehr auf den Sack gehst, du darfst ein Praktikum machen. Aber ich überleg wirklich jetzt vielleicht bei euch ein Praktikum zu machen. Ja? Ja, mir gefällt es hier. Das ist sehr gut. Ja. Mir ist so. Das freut mich. Ist aber auch ein Sperrmüll. Es ist schön. Ja. Ich verstehe auch, dass du das abholst. Und zwei Millionen. Zwei Millionen Abonnenten. Das ist natürlich irgendwie ein Grund, hier ein Praktikum auch zu machen. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Meine Stärken sind Praktika. Und meine Schwächen sind Praktika. Okay. Passt perfekt. Hobbys irgendwelche. Tanzen, Singen. Tanzen, Reiten, Malen, Lesen. Ich auch. Ich komme mal, wenn du mal ein Klassiker hast. Ja, ja. Zwei Millionen Abonnenten habt ihr jetzt, ja. Also ich habe mich ja das erste Mal schlau gemacht, bevor ich hier hingekommen bin. Und muss echt da sagen, da muss ich meinen Hut vorziehen. Gefällt dir? Ja, ich finde es echt cool. Echt? Was ist dein Lieblingsvideo? Ne. Das... Ne, Sommer. Sommergedöns irgendwie. Letzter Sommer. Letzter Sommergedöns. Ja. Und dann habe ich eben diesen 8 Minuten einen Spieler gesehen. Sehr gut. Eure Story, wo ihr malt. Ach, das Draw My Life. Was hast du hier reingezogen? Davon rede ich ja jetzt. Schön. Ich meine, das ist halt irgendwie komprimiert schon eure Geschichte erzählt. Und ich finde es echt cool und auch beeindruckend, in so kurzer Zeit irgendwie mit der Leidenschaft dann irgendwie ein dickes Ding draus zu machen. Ja. Mach du doch mal ein Draw My Life. Bitte? Mach du doch auch ein Draw My Life. Draw My Life ist das... Das hat nicht mehr so einen Trend gewesen. Da haben dann irgendwie verschiedene YouTuber halt ihr Leben so wieder gemacht. Okay, okay. Ja, mach ich mal ein nächstes Video vielleicht so. Also ich muss auch sagen, dass die ganze Entwicklung für uns nicht so ganz nachvollziehbar ist. Das zu realisieren, das dauert immer so ein Stück. Ich habe mir ja auch vorhin gedacht... Weißt, was du meinst. Ja. So, wir waren ja auf einem Gentleman Konzert. Stimmt. Wir waren sowas auch dabei, ne? Genau. Vor... Auf welchen? Ich glaube... In München waren wir da. In München. Was war denn das? Welcher Song hat euch am besten gefallen? Ähm... Vitoria. Vitoria Tom. Vitoria Tom. Das mit dem Realisieren, das ist wirklich so eine Sache. Du hast ja dann auch... Oder ihr habt wahrscheinlich auch kaum Zeit irgendwie zu checken, was da gerade passiert. Ja. Und es kommt dann immer so häppchenweise später. Das ist ja bei mir immer noch so. Genau. Ich hab jetzt irgendwann mein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Krass. Die Heimratsecken werden immer mehr. Aber was ist das? Auch Stress? Hast du Stress? Auch Stress, glaube ich, ist das falsche Wort. Es gibt so Momente, wo es viel ist. Aber ich mache das ja gerne. Und ich glaube, wenn du was gerne machst, dann kommst du auch mit klar. Ja. Was macht dir am meisten Spaß bei deinem Beruf? Auf der Bühne sein. So das Drumherum ist manchmal schwierig. Aber weiß ich nicht. Also das ganze Ding. So wirklich was gefunden zu haben, was mich erfüllt. Musik zu machen. Das ist fett. Und da auch irgendwie meine Family mit ernähren zu können. Und auch rumzukommen in der Welt. Geil. Ja, jetzt wissen wir, was der Gentleman hält von 2 Millionen Abos. Die Frage ist aber auch, was die Fans, was unsere Community da draußen hält von 2 Millionen Abos. Und wir haben den Dominik Posch von der Filmfabrik mal losgeschickt. Und da schauen wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Schauen wir rein, ja. Gerne Ausschnitt. Ja Jungs, auch von mir erstmal alles Gute zu 2 Millionen Abonnenten. Aber ich mach mich jetzt in der Stadt erstmal auf den Weg, um zu gucken, gibt es noch mehr von mir, gibt es noch mehr Leute, die euch gratulieren wollen. Schauen wir mal, was hier in Köln geht. Also bis gleich. Ich hab hier jetzt erstmal eine große Gruppe getroffen und kennt ihr Ytiti? Ah, Titi sagt mir immer so Y, ne. Ytiti? Ne, kenn ich nicht. Ja, was? Ytiti, die berühmten YouTuber, die haben jetzt 2 Millionen Abonnenten geschafft. Schon mal was davon gehört? Ja, bestimmt super. Hallo, kurze Frage. Kennen Sie Ytiti? Ja, klar kenn ich Ytiti. Ja, natürlich. Ja? Ja. Kennen Sie Ytiti? Na klar. Ja, Logi. Kennt ihr Ytiti? Ich hab nie gehört. Ne. Where you come from? Venezuela. You know Ytiti? Ja, it's great. Kennen Sie Ytiti? Ja, super. Ytiti, yes. Und bei dir dann auch, wenn die Mutter Fan ist? Ne. Also jeden Freitititag immer Freitag immer mit dabei. Natürlich. Ist doch frei deshalb. Kennst du Ytiti? Ja man, jeder kennt Ytiti, you know man. Everybody you know Ytiti, get a young man, 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 you see. Wer ist denn Ihr Liebling von Ytiti? Oh Phil, Phil. Tissi. Ich auch Tissi. Oh, aber ich darf es nicht so laut sagen, mein Mann steht da vorne. Wen von denen würdet Ihr jetzt in Deinem ersten eine Blume mitnehmen von? Weil am lustigsten aussieht. Am lustigsten, weil am dämlichsten? Ja. Hier Phil, die ist für Dich, weil Du am lustigsten und gleichzeitig auch am dämlichsten aussiehst. Ach, ich nehm einfach mal Ost. Ja, ja. Den würden Sie auch nicht sagen, komm Junge, Ost. Trink mal einen Kaffee oder leck ein Eis zusammen. Eieieiei, da geht aber einer ran. Möchten Sie denn auch gratulieren zu 2 Millionen Abonnenten? Ytiti, congratulations. Wie war das? Ytiti, super, 2 Millionen irgendwas, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations, Boys. Toll. Happy Birthday to you. 2 Millionen Abo. Alles Gute, weiter so. Ja, alles Gute, Ytiti. Genau, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Hey, alles Gute. So, die Stadt feuert Euch auf jeden Fall zu 2 Millionen Abos und damit Ihr weiterfeiert, war es das jetzt von mir. Bis dann. Wow. Geile Scheiße. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an Dominik von der Filmfabrik für diesen geilen Zusammenschnitt. Ich habe mir schon gedacht, dass wir uns langsam in die ältere Zielgruppe reinbewegen. Da muss man irgendwie noch die Nummer von allen einladen. Es scheint sehr gut zu laufen. Es könnte auch sein, dass Dominik vielleicht so ein bisschen durch Schnitttechniken manipuliert hat. Ach, kaum. Ich will es ihm nicht unterstellen. Oder er hat die Leute bezahlt, so wie sie unter uns. So wie dich. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Kern. Wir sollten ja trotz diesem ganzen, was hier gerade im Moment passiert, nicht vergessen, dass das hier eine Kommentare-Kommentiershow ist. Und dann würde ich sagen, wir kommentieren mal Kommentare. Spielt ihr da echt Geige? Das ist aber so eine kleine Geige. Jetzt bist du beeindruckt, ne? Ich habe es wirklich geguckt. Was hast du gesehen? Alter! Der große Dicke mit der kleinen Geige. Ist es ne echte Geige? Ist es ne echte Geige? Es gibt ja auch so kleine Geige. Ist es ne echte Geige? Oder der Typ ist einfach riesengroß und die normale Geige sieht klein aus. Ne, es ist schon ne extra kleine Geige, aber er ist auch extrem groß. Seitdem ist er der Trommler. Der Trommler ist der Geigste. Genau. Trommler ist der Geigste und egal was er spielt, er bleibt der Trommler. A mit Joyce. Kennst du Joyce auch? Joyce? Ne. Wer ist Joyce? Geil. Auch ein Fan von dir. Okay. Alles Fan. Ich kenn die alle eigentlich, aber so. Die Joyce ist von der Pong BG. Kennst du Pong? Ne. Kennst du YouTube? Ich hab's mal gehört. Okay, Pong ist ein YouTube-Kanal und da ist sie halt ein Mitglied von. Ich wollte dich eh hier mit wegen hier kennst du YouTube. Ich wollte dich auch fragen, wie siehst du eigentlich diese Entwicklung, TV, YouTube? Was ist so dein Standpunkt dazu? Also ich finde, es gibt da nicht besser oder schlechter, es gibt nur anders. Und ich bin auch, um Gottes Willen, keiner sagt, die guten alten Zeiten. Ich glaube, jede Zeit hat so seine Qualität gehabt. Früher so die drei Fernsehprogramme, weißt du? Ja. Und Familie Bülabou und so. Ja. Aber es ist einfach auch cool, was passiert ist. Ich meine irgendwie, es gibt Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Ja. Ist halt immer auch das Problem, so YouTube Gamer, so dieser ewige Clinch. Und jetzt seid ihr auch irgendwie jemand, der Platten rausbringt und Konzerte spielt. Und dann wirst du auch irgendwann feststellen, die Gamer ist gar nicht so der Buhmann, sondern die Gamer setzt sich ein irgendwie für deine Rechte als Musiker. Und klar, die bekleckern sich auch nicht mit Ruhm, so. Weil das sind auch oft so Altherren, die dann irgendwie nicht so am Puls der Zeit sind. Aber so die Institution Gamer ist auch schon wichtig und gut, dass es sie gibt, so. Aber du sagst jetzt auch nicht, Internet ist ein Trend. So, der Typ bist du eben auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Gut. Ja, du hast ja auch, dein neues Video läuft ja auf YouTube. Das hab ich gehört. Das hast du richtig gehört. Ja. Und auch ganz frei. Ganz frei. Man kann es also angucken. Man kann es hier ganz frei auch angucken. Man kann es angucken, In My Arms heißt das. Also hast du hier den Onkel Gamer angerufen und gesagt, mach mal bitte mein Video versuchbar? Oder? Ja, die Onkel Plattenfirma. Ja, könnt ihr euch angucken. In My Arms heißt das Ding. Da wird es jetzt eingeblendet. Du kannst hier auch mal drauf zeigen. Wo? Wo ist der Kasten? Hier ist ein Kasten, oder was? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Der verdeckt dich. Pass auf, mach den bisschen höher hier so. So, da Gentleman's Face. Seid ihr mal auf iTunes kaufen? Könnt ihr euch angucken. Wir verlinken es auch am Ende nochmal, wenn ihr uns weiter labern hören wollt. Dann könnt ihr es euch auch am Ende reinziehen. Lass uns mal rüberrutschen. Das ist es jetzt, Oso, oder? Komm, eine Jogginghose kann ich aber anlassen. So, what? Ich finde, es hat ja was. Ja, es hat was. Gentleman hat gesagt, es hat was. Gentleman hat gesagt, es hat was. Alter, ist Gentleman jetzt das höchste der Dinge, oder was? Wenn Gentleman sagt, es ist okay, dann ist es okay. Und der Praktikant hier. Ganz ehrlich. Ey, Gentleman, ich glaube, das wird nichts mit dem Praktikant. Meinst du nicht? Nee, du. Ich verkack's gerade hier. Misch dir den ganzen Laden auf. Aber du magst doch Bücher, wie geil. Was ist das jetzt? Was meinst du damit? Was meint er so? Der Blick. Huh. Wer mag Bücher? Du magst Bücher? Hast du stoned, als du die Kommentare ausprobiert hast? Nein. Ich bin nicht stoned. Ich bin nicht stoned. Nee. Nee. Quatsch. Du? Du? Quatsch. Ich bin nicht stoned. Ich bin nicht stoned. Ich bin nicht stoned. Nee. Du? Du? Janinele hat gesagt, es hat was. Der Weihnachtsmann hat dieselbe Stimme wie Gandalf. Ho ho ho. Ja, vielleicht ist ja der Weihnachtsmann Gandalf. Den Weihnachtsmann habe ich auch gesehen. Ja. Das bin ich. Das wusste ich. Oh. Ja, ich habe halt einen weißen Bart. Das erkannt. Aber wer war denn der Sensemann? Der Sensemann war... Also nichts gegen den Weihnachtsmann. Entschuldigt mal bitte. Ich finde, der Tod ist ja irgendwie ein Thema, was leider irgendwie mal so tabuisiert wird in unserer Gesellschaft. Aber im Grunde ist der Tod ja die einzige Gerechtigkeit. Gentlemen, jetzt musst du ein bisschen aufpassen mit dem Niveau. Also wir bekommen hier eine philosophische Diskussion, die sprengenden Rahmen. Ja komm, lass mal philosophieren. Ich würde sagen, du machst jetzt hier mal einen Kommentar. Ja, okay. Warum wird der Tod immer so tabuisiert? Das steht da nicht. Das steht da nicht. Ich finde halt irgendwie... Das steht da nicht. Ich fand diese Highlander-Vision immer kacke. So 400 Jahre alt werden. Ja. Also du bist dafür... So haben wir das auch geklärt. Nicht tabuisiert. Genau. Es war uralt, aber immer noch das Beste. Das ist... Ihr Schweine habt mich angemalt. Kennste? Ihr Schweine habt mich angemalt. Das fand ich auch richtig cool. Da musste ich richtig herzlich lachen. Das war ganz lustig. Vor allem war es richtig gut gespielt auch. Fett. Danke, hört man immer gerne. Doch. Das fand ich auch richtig cool. Klassiker irgendwie. Ein Pitz irgendwie. Der Bimmel of the Bucket. Der Klassiker. In Köln sagt man Pitz. Echt? Wie heißt das? Pitz. Oder Löhres. Bist du ein Kölner eigentlich? Oder Jamaikaner? Ich bin in Osnabrück geboren. Und mit 1 dann nach Köln gezogen. Mit 1? 1. Also bis quasi aus Köln. Kein Disrespect zu Osnabrück. Aber ich war dann auch nicht mehr so oft da. Also ich bin schon Kölner, gefühlter Kölner. Ja wir sind ja auch Wahlkölner. Im Stadion darf ich aber nicht aufstehen. Man muss in Köln geboren sein, wenn du aufstehst. Geht ihr ins Fußballstadion? Nein. Seid ihr nicht so krön? Deswegen ist es irgendwie nicht so aufgegangen. Beide so aha. Nicht aufstehen. Wie gesagt nicht. Aber ich probiere es mir jetzt so langsam anzueignen. Weil du hast halt, eigentlich sind es geschenkte, positive Emotionen. Fußballstadion macht richtig Bock. Ja. Das musst du auch gerade hier irgendwie. Das musst du dir mal geben. Wir können ja mal zusammen da hingehen. Gerne. Kommst du wieder zum Thema zurück mit Kifft ihr? Oder nicht? Wobei ich mit Praktikanten eigentlich nicht. Das war ja hier dein nächste Kommentar. Der Aufbau. Alter Phil, du musstest bei 1-6 dich voll zusammenreißen. Das sieht man. Was war da los? Das blenden wir jetzt hier mal ein. Hat ihr mit mir gemacht? War das bei dir früher so? Ja. Bist du gehänselt worden in der Schule? Auch. Auch angemalt worden. Mit Pits drauf und so. Das war aber schon nach dem Hänseln. Also ich bin auch nach der Schule noch angemalt worden. Das Schlimme ist durch dieses Video, das ist auch so ein Running Gag jetzt. Weißt du? Weil mein Kumpel so, ey, er schläft wieder. Und malst dir auch andere an. Philipp ist letztes Mal auf der Party wieder eingeschlafen. Und dann bin ich nur hingegangen und hab halt diese Melodie gesummt von dem Lied. Und er ist so aufgeschaltet. Also da war richtig dieser Auge mal richtig weit offen. Ich bin traumatisiert mittlerweile. Du, ich hatte mal so viele Penisse ins Gesicht gemalt, dass man die Penisse nicht mal als Penisse identifizieren konnte. Sah aus wie ein Teufel. Penisseption. Probier's mit dem Artikel waschen. Ja, jetzt müsstest du, jetzt kannst du belauten als richtiger Insider von Ytitty. Okay. Wir haben ja so Wahnsinnswerbungen. Kennst du die? Nee, ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich irgendwie die Ytitty Show geguckt hab. Du könntest jetzt auch sagen, ah, da spielst du auf die Wahnsinnswerbungen von Ytitty an. Die da wären? Waschen. Warten. Wegwerfen. Daheimbleiben. Freunde. Wenn's denn hilft. Es hilft. Waschen hilft. Meinst du? Ja. Kann ich jedem empfehlen. Jo, ein weiterer Meilenstein der Ytitty Geschichte steht an und eure Kommentare dazu kommen jetzt. Der letzte Sommer, wir gucken mal rein. Das ist der letzte Sommer, oh ja. Warst du da echt nackt? Nein, war ich nicht. Kennst du so'n Trick, dass man so hautfarbene Unterhosen und dann quasi so verpixelt und nackt aussieht? Kennst du das? Nee. Er macht das immer nackt. Er ist ja authentisch in seinen Videos. Oh. 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 Epic Fall. Hast du noch nie ne Nacktszähne irgendwo? Nie. Bis jetzt noch nicht. Krass. Ich schon. Also Ose will ihr ja immer in jedem Video das hier reinstellen. Aber in hauptfarbenen Unterhosen, also doch nicht nackt. Doch. Nein. Im Video ist es nackt. In Behind the Scenes, wo man sieht, es ist ja keine mehr. Aber im Hauptvideo ist es ne Nacktszähne eigentlich. Aber du bist schon Exhibitionist. Nein. Doch. Er war ja gerade auch nackt, als ich hier reingekommen bin. Hä? Der Punkt. Immer irgendwo taucht er nackt auf. Das stimmt jetzt gar nicht. Ach man. Ach man. Schau weg, schau weg. Ich will das gar nicht. Jetzt ist er beleidigt. Jetzt ist er beleidigt. Dann komm ich wieder rein. Hier haben wir einen kurzen Zusammenschnitt von ein paar Nacktszähnen von Ose. Jetzt schon wieder, ne? Mann Ose, lass dich aus. Ose bitte. Zieh dich wieder an, Alter. Echt jetzt. Hammer geil. Aber es soll nicht jedes Jahr die Welt untergehen. Trotzdem für gelungen. Das hat James Bond geschrieben. Da könntest du jetzt wieder philosophisch ansetzen. Soll jedes Jahr die Welt untergehen? Was hältst du vom Weltuntergehen? Wird die Welt irgendwann untergehen? Also ich fand das Maya-Ding ja ganz spannend. Die müssen ja irgendwann ihren Kalender auch mal zu Ende schreiben. Hast du Schiss gehabt? Hast du daran geglaubt? Ich hab auch Rettungsboote gekauft und so. Nee. Also ich glaub ja schon, dass da irgendwie so eine neue Episode anbricht gerade. Episode 2! Merkt ihr hier auch so? Ja. Zwei Millionen Abonnenten mit so einer Sendung. Was ist das jetzt hier? Creepy ist das. Das ist ne Uhr. Das ist unser Geist. Ja. Ja, ich denk auch, dass wir eigentlich, wir stehen erst am Anfang. Ich denk zwei Millionen, das ist jetzt so ne Richtung, die letztendlich in der Weltherrschaft enden wird. Ja. Und die Frage ist ja auch, Gentleman, wo platzierst du dich in diesem Gebügel? Bist du dann noch der Praktikant oder wirst du vielleicht... Die Gedanken mach ich mir nicht. Nicht? Nee. Du lebst einfach so ein bisschen... Keine negative Vibes. Ich leg so einen Tag rein irgendwie und keine negative Vibes, genau. Und ich plan hier auch nicht. YOLO kann man sagen. So plan ist ja sowieso... Ihr plant ja auch nicht hier, ne? Nee. Kein bisschen. Alles spontan. Das ist spontan bei uns. Kennst du die ganzen Trends an dieses YOLO und sowas? Nee. Erzähl. You only live once. Oh, okay. Hashtag YOLO. Ich bin voll Oldschool. Ich kenn jetzt mittlerweile Love, What, Loud. Da bist du angekommen. Und dann hab ich immer gedacht, was ist denn irgendwie... Ich glaub, dann brauchst du noch Feier. Feier hab ich gedacht, was ist denn... For your information. Irgendwann reden wir nur noch in Buchstaben wahrscheinlich. Es ist so. Ja, ist es so. Wieso lebt der Tod denn noch, wenn Tisi... Das bin ich. Da sind wir wieder beim Thema. ...die ihn in der Mitte des Videos getötet hat. Du hast den... tot getötet? Dann kann der am Ende doch gar nicht mehr leben. Das ist so ein Filmfehler wieder, ne? Das ist eindeutig was für die Filmfehlerkasse. Also wir sagen, es geht auf deine Kappe. Ja, das stimmt. Ich hab nur leider kein Geld dabei. Ich hab bei Splash alles ausgegeben. Bist du 50 Cent, Gentleman? Weider auch nicht. Wir haben nämlich so eine Filmfehlerkasse und immer wenn jemand einen Filmfehler entdeckt, dann müssen wir 50 Cent in unsere Filmfehlerkasse. Wo ist die? Habt ihr die hier? Willst du die ausrauben? Ist die voll oder was? Ja, komplett voll. Was habt ihr denn überhaupt hier so stehen? Ganz schön viele. Wir haben auch Kaugummi-Automaten. Bravo. Goldener Sieger der Otto-Wahl 2015. Crazy, oder? Ja. Da hat jemand dein Video, glaub ich, geguckt. Und dann hat er Ohren rumgeschrieben. Die Alina. Ist Fan von dir. Meinst du nicht, dass das auf euer Video bezogen wird? Ganz ehrlich nicht. Ich glaub, der hat sich reingestechen. Oh stimmt's, den hast du reingestechen. Die Leute schreiben sowas nicht unter unsere Videos. Ne. Bei uns schreiben die, geht sterben oder... Wir sind ja technisch ganz fit und wir leiten immer die Kommentare von deinen Videos auf unsere und umgekehrt. Also wundere dich nicht über geht sterben Kommentare unter deinem Video. Ja, wir haben das ja jetzt auch thematisiert gerade. Wahrscheinlich auch. Sind die aktuell die Kommentare? Ja stimmt. Kommen die von jetzt oder was? Ja. Vor einem Tag. Aktuell. Das Lied ist cool. Wir sitzen ja auch jetzt seit einem Tag hier. Eben, das ist ein gefühlter Tag. Das Lied ist cool. Aber der Komet war ein Viertel... Was? War eine Viertel-Wassermelone. Klein? Der Komet sah ein bisschen aus wie eine Wassermelone. Fandste? Ja. Da hat unser Visual Effects-Mensch einen kleinen Gag verbaut. In fast jedem Drone My Life kommt ein Penis vor. Oder ein Piz. Pint. Piz. Das ist so euer Running-Gag. Der Pimmel-Gag. Der Pimmel-Gag. Der Gentleman ist Hardcore-Fan. Ich merk's gerade. Nicht schlecht. Das ist unser Running-Gag. Das ist richtig. In jedem Video haben wir dezenten Pimmel. Ein Piz. Ein Piz eingebaut. Das Ding ist ja auch, ich sage ja auch immer, Pimmel ist so ein Universalhumor. Aber das findet jeder lustig. Pimmel, ja? Magst du Pimmel-Witze? Ich finde Piz besser. Piz-Witze. 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 Habt ihr euch alles verdient? Wer den Aufwand der Videos nicht zu schätzen weiß? Tja, ohne Worte. Was ist denn mit den ganzen negativen Kommentaren? Die löscht ihr alle direkt? Nö, wir sind da schon relativ. Gibt's die? Erstmal ohne Kack, habt ihr Kritik, seid ihr irgendwie? Jaja, krass. Kritikfähig, ja. Kritikfähig seid ihr! Kritikfähig! Pro Vault, nö, bo! Aber gibt es viele Kritik. Wirst du uns produzieren? Nö, ich finde das gut was ihr macht. Aber wenn ihr ganz viele Leute erreicht habt, viele Hitzer. Haters, die YouTube Money-Haters. Ist das bei Euch gerade so peasiend .. undaging? Ich könnte das ja nicht den ganzen Tag wenn es geht. Aber es ist wichtig, du brauchst ein dickes Fell und vor allem darfst du nicht zu viele davon lesen. Also ich versuche immer so Lob und Kritik nicht zu nah an mich ranzulassen. Oder nur die Kritik an sich zu, dass es nicht immer konstruktiv ist. Also nicht haten. Merke ich immer wieder, ja. Haten ist nicht so gut. Don't hate. Create. Create peace and vibes. War das so aufwendig? Was meinst du? Oder ich meine... Der letzte Sommer war der krasseste Dreh aller Zeiten. Es geht aber gerade um Draw My Life, oder? Draw My Life war... Nicht der aufwendigste Dreh aller Zeiten. Nee, Draw My Life war eigentlich nicht so aufwendig. Wer hat das gemacht von euch? Wir alle. Wir alle zu tun. Da haben wir mal richtig gezeigt, was wir können, wenn wir die Stifte schweben. A la Picasso. Und ja, also es war... nee, es ging. Es war eigentlich relativ einfach mal unsere Geschichte zu erzählen. Und was ist mit dem Trommler bzw. dem Schlagzeuger? Kennst du unseren Trommler? Nee? Nee? Den Geiger. Du kennst den als Geiger. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Komm mir gerade bekannt vor. Ja, ja. Nee, der Trommler, der ist eigentlich natürlich. Hätten wir den erwähnen sollen. Der große mit der kleinen Geige. Man kann sagen, er ist schon fast der vierte White Titty. Okay. Warum? Noch nicht? Ein Modell von den ganzen... Ah ja, okay. Jetzt erkenne ich ihn. Ja. Warum ist er... Martin! Er ist immer so im Hintergrund eher unterwegs. Traut sich noch nicht so vor die Kamera oder was? Martin! Schon vor, aber sehr weit weg. Ich fand ihn sehr outgoing. Also der war schon... Outgoing? Er ist halt sehr unauffällig. Outgoing? Ja, ich fand ihn schon sehr präsent. Er hat sich getraut. Präsent, er hat sich was getraut. Also ich fand... Er kam jetzt nicht schüchtern rüber. Martin! Nee. Nee, ist auch nicht. Irgendwo ist er schon auch sehr... Dann nehmt ihn doch auf. Oder hier ist... Der ist doch auch schon ein Homie. Platz für drei, ne? Wenn er dann hier sitzt, dann wird's ja ganz eng. Yo! Yo! Was machen wir jetzt? Jo! Was geht's? Also ich fand's fett, dass du da warst. Ja, es hat mir Spaß gemacht hier mit euch. Ist anders als... Ich hab ein bisschen Hunger jetzt so. Ist anders als in herkömmlichen TV-Shows, oder? Nee, die sind alle so. Echt? Ja, ihr seid nichts Besonderes jetzt. Scheiße! Was? Das ist schon überall so. Wir haben geilere Equipment auf jeden Fall. Nee, nee, es ist... Wie gesagt, ich finde eure Anarchie ganz cool hier. Ich wünsche euch auf die Zukunft alles Gute. Danke, man. Magst du noch irgendwas promoten? Das muss man ja, ne? Ist also... Ja, mach mal, komm. Ja, ich darf, ich hab... Ja, freilich. Kannst du vielleicht eine CD dabei? Ich hab... Ich sitz auch immer auf unseren CDs. Ich hab ne CD für euch. Echt? Eine gibt's irgendwie. Könnt ihr dann irgendwie weiterbrennen. Dann haben die Männer gesagt, es hat was. Weiterbrennen. In die Community schicken. Ist das neue Album, heißt New Day Dawn. Ich freu mich sehr drauf. Hört mal rein. Können wir ihn behalten, oder was? Ja, den kannst du behalten. Ist die gebrannt? Wir schicken dir auch unser Album, wenn's fertig ist. Ja, ich bin gespannt. Ich werd das mal weiterverfolgen, euren Werdegang. Auf jeden Fall. Und wir sind ja beide in derselben Stadt. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal. Im Stadion. Wo chillst du immer so in Köln? Im Stadion. Stadion. Sehr gut. Ja, Fett. Dann geh jetzt bitte. Ja. Los, aber Fett. Das Praktikum ist bereits fertig. Ich bleib jetzt hier. Echt? Willst du hier pennen? Ja, ich geh nicht. Ey, okay. Dann bleib da. Gib mir die CD. Jungs. Dankeschön. Guck gut um. Alles Gute. Wir sehen uns. Gentlemen. War ein super Praktikum. Bescheid stellen wir dir raus. Ach, der Gentleman. Ist echt heiß hier. Ist heiß, sagt er. Ja. Wir sind heiß. Oh, sorry. So flach sind wir gar nicht. Der Gentleman. Der Gentleman. Der Gentleman. Der ist ein Gentleman auf jeden Fall. Der Gentleman. Cooler Dude. Wen wollt ihr als nächstes sehen bei uns auf dem Sofa? Schreibt's in die Kommentare. Merkel. Angie. Wir haben ein Date. Harald Schmidt. Anna Schwarzenegger. Tja. Was gibt's denn noch jetzt für diese ComCom Show? Ist sie schon am Ende oder haben wir noch was zu verkünden? Nein, wir haben ja schon noch was. Oder weiß ich mal wieder nicht, was ansteht, weil ich keine Moderationskärtchen... Ich will Moderationskärtchen... Du könntest gucken, was da unten rumsteht. Ich will Moderationskärtchen stehen. Guck mal, was da oben rumsteht. Nun. Als nächstes kommen wir hierzu. Für ein paar von euch gibt's noch für die geilen Vorschläge für den Coke-Teilomaten eine signierte White Titty Coke von uns geschenkt. Wer die kriegt, steht in der Infobox. Wir schreiben euch an und ihr könnt uns anschreiben und dann tauschen wir Kontakte auch. Natürlich unterschrieben für euch. Wir kriegen euch diese White Titty signierten Coke zu. Nächster Tagesordnungspunkt auf meinen Moderationskarten ist... Äh... Ihr wollt was sagen. Dieser hier. White Titty. Entstanden aus einer verrückten Idee. Entstanden aus Liebe. Entstanden aus Langeweile. Ist durch euch zum größten YouTube-Kanal Deutschlands geworden. Aber... Dafür wollen wir einfach mal sagen... Ah, ist doch Ollisex schmarrig. Wir wollen einfach mal Danke sagen. Und dafür gibt's jetzt dieses Video mit Pseudo-emotionalen Schnittbildern. Danke. Huh, Its feels. Gnomeini. Die Mannschaft next hier. Mai熱. 潰lichkeit Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.